bei ich kann naja wenn wir mal hier nicht da ich hab leider nur zwei seien wenn wir zu mir jetzt meine diamanten gibt dann schlag ich die sind in der kiste die habe ich in der ex eine kiste getan dann war ich jetzt mal wieder hier die hülle ist ich habe fünf Pfeiler aber kein Bogenball um ich glaube das ist die falsche Hülle oder nicht? Ja komm mal raus da ja ich hab's da irgendwie gemerkt du solltest dich jetzt auch langsam beeilen aber es ist hier auch noch ne schöne Hülle ich komm mal raus da wo denn wo denn na komm ich komm ich komm ich komm ich ich hab ich gut 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 du schaffst du keine Ahnung war ein Schönenwaffen komm ich seit der richtige so weiter man kann so kurz kannst du rennen kannst du rennen ja ich kann nicht rennen ich mich zu doof zu rennen ja obst du nicht da ist nicht da weiter hier sein wo seid ihr seid ihr in die schluft reingegangen nicht in die schluft nein naja ich hab nicht in so ein kleck komm jetzt hier lang doch komm hier lang schade ja ich bin ja schon mal angeboten das schwert geben fotteleck oh ja das schwert ist ja noch voll ok ja ich hab dir ja gesagt ein angeboten angeboten ich hab dich schafft den gibt es auch raus spuren ich weiß nicht mal wo du lange ich hab noch zwei eisenschwerte bei ich sehe aber deinen namen seiten hier nein hier lang ja ich würde ich auch gleich ab ich will erst mal hier wo bist du denn komm her wo bist du ja hallo hey ich habe sollte ich mir mal markieren mit dem bübchen oder was da ist ja auch so mit kommen wir das tut gerade mein vollen namen gesagt dass du wirst du wirst du was mit uns mit kommt mit so da hinten ist die truhe dann und die stürzten die märkte erheben so leckert wenn die die trussbar nur ist dahin dann da 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 hinten und eine anderen sachen sind dann hier in die richtung oder es machen das brotchen verkehren erst mal verkehren verkehren wir brauchen die soll die Ausstattung die Mischung war da geht nicht alleine ja immer mehr erst abgenommen ich will hier kommen her ich habe noch nicht geklappt weil hier ist wenn er hier ist ja ich habe auch viel in ihr was auch da sind lieber und mann ja um so leckend soll schieben meine sachen sind eh gut aber wir müssen lange vor wie zu lang ich weiß auch nicht wo lang hier siehst du mich noch komm her komm her er hat 1 ein bisschen mehr so du bist er hier vorne gestorben ja bauer hinter dir äh ich bin so ich hab jetzt ein paar Sachen aufgenommen aber ich nehme lieber bei mir leckte es gerade alles weiß ich komme ja wo bist du denn? am haus ja ich hab's ich gesehen warum ist hier die kisten auf so ja da hast du schwert da hast du schwert was ein das ist eisenschwert das cooler das ist eisenschwert ja wie ging jetzt nach dem Bogen habe ich ich brauche jetzt noch Pfeile ja die Pfeile die hab ich noch so ein paar da brauchst du drin, stickies und äh federn immer deine restlichen Sachen ja auch nein federn wir doch hier auch noch irgendwo da so und wie ging das jetzt? drin tust du ganz oben hin stickies da kontern und dann die federn ja geh da weg so ja gut so 17 Pfeiler führen ja erstmal recht mal nein komm mit oder ich komm er zu dir ey komm mit du warst auch voll den Weg du Honk ja ich kann da ja du kannst fliegen warte mal kurz ah bei mir leckt alles so ähm ich geh jetzt mal zu zur Truhe wenn ich sie wirklich ich hoffe du passt auf die ganzen Schluchten ja auch nein nein nicht hast du wenigstens alle meine Sachen aufgehoben? ja auch deine EW ja hab ich von dir auch genommen die sind noch einmal hinter mir hergeflogen bist du da? ja ohohoho ewig ist ja feil er springt natürlich ganz runter nein gar nicht du warst als erstes so nicht ich hoffe du hältst noch hinterher äh kommst noch hinterher nein schade epische Schlucht ja dann sehen wir dich nie wieder ähm ich seh eure Namen hier da kannst du deine stones abbauen ja da ist nichts mehr drin immer später ich brauche nichts mehr zu helfen ach ihr seid schon bei ich muss das auslassen sonst kann ich nicht bringen so ich bin jetzt unten so 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 da hat man auch Feiler ähm da sind hier zwei Diamanten da sind Fakil wow cool ja be be au ähm ja er schreckt sie ja mal so ich habe deine Sachen gesagt du brauchst du mal hier so vor mich so dann kriegst du deine ich hab mich nicht brauchst du noch nen Schwert ich hab ein Schwert von Sti so ein kaputtes nun der hat noch eine gewünschte naja werft weiter 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 macht man man sich so alles auf auch hat man kann ich will schon wie ich bin ich sehr gut in meinen der reisen wir reichen übersehen ja da ist ja wir haben so einiges übersehen ist das schon wie ja guck mal über unser truss auch heißen naja wann ist es drei anna wir teilen uns gerechnet man mit der schlüssig nein jetzt nicht leuchtet ach so doch da da war noch so viel nur noch viel gesagt nur noch mehr sind die noch federn hier mein sagen der war es unnötig aber übel hat jemand noch federn ähm nö 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 auf MainTour? Nee, MainTour. MainTour.de MainTour Ähm, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich will Redstone, ich will das Redstone. Habt ihr schon Redstone? Nein, doch 10. Irgendjemand hat 10 eingesammelt. Die Dinger in der Kiste. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich als das Reepay explodiert ist oder so vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah! Ja, ich hörste noch. Ja. Allerherzinfarkt. Ich glaube, du solltest mal rausgehen. Ich hab Angst. Mama! Mama, hilf mir! Mama! Ah, ist ihr irgend so einen hässlichen Namen? Ja, das ist meiner wahrscheinliche. Naja, das war die Glückwunsch. Talalalala. Ist ihr euch weiter? Nein, so weiß ich. Ich hab noch zwei Pfeile für dich, ne? Ja, ich bin hier oben. Endlich, mit Talalalala. Weiß ihr eure Namen oder meine nicht, oder wie? Hey, ja, das ist Tag, boah! Äh, Kohlen war dich. Und mit deiner Kohle war sie noch? Nein, eben war alt. Gibt dir das Kohle? 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 Gibt mir das Kohle? Gibt dir das Kohle? Ich hab' ja Lust mehr was für tausend! Gibt uns hier mal los gehen! Gibt mir das hier so dunkel? oder nach dem Motiv und seit mir der Höhle wir haben hier ein Verhältnis zu Menschen wir spielen Verstecke er findet mich zu erster Krieg zwei Diamanten wie ich auch so mit der Hälfte mit der Hälfte Prozent er kann sie gerne ein Jahr lange aus Lappens ist ja voll von sieben und nützen Lappen der H an so oder 60 ob der was gegen Dunkelhäutig oder auch ein Heller wer hätte ich aber hätte sich jetzt lieben das ist das kann die zu mir das ist schon wieder an mir vorbei irgendwie ich hoffe eigentlich immer hier im Kreis aber ich naja immer den Fakken nach der jahren mit den fackten ob er bis vorne und hier ist hier die ep 0 und ich weiß nicht weil es gelettet umgebracht da wollen wir es tun und das eigene abschießt aus langweilig wir haben noch mal ist das langweilig machen dann umfass zum beispiel let's play es auch nicht nein das ist keine langweilung das hat er ist das leben das ist real life hier das ist real life schon wieder so ein insiderwitz ähm ja ich wurde mich jetzt einfach wie hochvolange viel spaß ja ich bin sehr diamanten suchen ja ja die war uns ist vorstammbein torning 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 raumt ich habe redstone und redstone redstone ja ha das ziemlich nur ich ja wer 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 skelett mit seinen eigenen waffen besiegt haha was boah cool ey du gehst ja so ab alter die jahre und die kümmern haupt stück ich würde auch äh hohen war ich bin vor der kämpfer nur in einer ecke k ja sind ach so feine nur noch einer in der dritten wie soll ich das überleben aber lapels sind das mal mit sagt es ist gut Prozent über Kohlreis oder so was das ist gut für das Video und ich habe ja es ist die WG nicht mehr zurück also gehe ich jetzt einfach irgendwo lang und hab Gold jetzt auch nichts mehr Enderman 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 oh ich dachte was ist das wer auf den Herd doch wenn du den antreibst wenn er noch mal wäre es aber funktioniert es irgendwie noch nicht 1 weg hier der Enderman kämpft gar nicht so die Männer der anderen haben wir jetzt ändern die zu den Polo nein die Künsteine versetzen ja erst ja auch das ist eben die können ganz die berge versetzen wenn die mal irgendwie ein haus davon bauen würden was ja das wäre epik später version einfach so endemann zieht sich der eigentlich hat dann kommen die monster alle lang und dann gibt es schickert abliegt mit der hausbruch ist er hat er gehört die gegen uns party mit den anderen waren ja ich wollte eben einen dann die vorliegenden explosive feiern ja der monster ich bin keine die haben nun eigentlich ich weiß ich bin nur das ist so und ich habe hier noch